jojo meine lieben freunde was geht ab gleich haben wir den neuen job falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und ein like aktiviert die glocke um nichts zu verpassen und gibt sehr gerne mein creator code hängt wie 049 im shop ein dank für den support die lieben mal gucken was gleich schönes reinkommt ich denke mal street fighter bleibt noch ein paar tage da aber wo bleibt travis bin mal sehr gespannt heute habe ich die farbe türkis schreibt gerne in die kommentare welche farbe wir als nächstes nehmen sollen 21 und let's go neuer shop so hier haben wir auf jeden fall ein neues paket sicher paket sehe ich angemang schauen wir uns mal das neue hier haben wir einmal den skin in zwei verschiedenen varianten nice aus mit kriegerin los back bling back bling passt perfekt zum skin nice aus die pickaxe woher die ist nice die hört sich richtig fresh an und sieht auch super cool aus und einmal ein hanging gleiter der ist heftig ne der ist super heftig das gefällt mir auf jeden fall das ganze paket ist sehr sehr nice das ganze gibt es für 2100 v bucks lieben statt 3500 v bucks rabatt kann man sich auf jeden fall mal gönnen hier haben wir einmal den skin einzeln los back bling für 1200 mit dem schönen six pack dann die pickaxe für 800 hänge gleiter für 1500 wie wachs gefällt mir sehr sehr so dann haben wir hier einmal die rote ritterin für 2000 wie wachs in jüben ein super nicer skin plus back bling rotes schild wird 2000 damit die pickaxe für 800 ort ist mir ein bisschen zu langweilig so haben wir hier unseren kollegen in fischi in drei verschiedenen stilen schlachten stäbchen erst cool einmal sein back bling weg bling geht zu das ganze für 1200 dann haben wir hier eine lackierung für 500 schön camouflage nun haben wir den bürger kopf hier feiere ich gar nicht kein schöner skin plus back bling weg bling auch nichts tolles für 1500 die lieben haben wir einmal den tomatenkopf in zwei verschiedenen stilen es tickt besser aber gefällt mir auch nicht so ganz plus back bling für 1500 dann haben wir einmal die pickaxe stachel klatscher für 800 hört sich nice an auch eine pickaxe rostiger pizzaschneider für 800 hört sich nice an wer weiß wie sie spielen ist so was haben wir noch hier show gun so gern mächtiger skin ein bisschen zu breit meiner meinung nach back bling ja ist auch zu groß das ganze für 2000 die lieben dann haben wir nachtglanz in zwei verschiedenen stilen cooler skin gefällt mir plus back bling back bling passt auch aber da war vor kurzem sogar im shop das ganze 4500 die lieben dann haben wir spiel ranger für 800 auch ein neuer skin ordentlich überteuert haben wir hier eine schöne lackierung für 500 naruto ist wieder dafür 500 rasender ansturm kann man sich können cooler mode durch die decke für 200 coole melodie so street fighter und flash pakete sind noch drin ihr lieben das war's vom shop schreibt gerne in die kommentare wie ihr den heutigen shop so findet wir das neue paket so findet und schreibt auch gerne in die kommentare welche farbe wir als nächstes hier im raum haben möchten und falls ihr neu seid lasst gerne ein abo und ein like aktiviert die glocke um nichts zu verpassen und gibt sehr gerne mein creator code hengtv 049 im shop ein ihr lieben ich bedanke mich danke dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch eine gute nacht bis morgen zum live stream und Vielen Dank.